Was jetzt passiert ist der größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik. Die Demokraten wollen dir deine Waffen wegnehmen, sie wollen dir deine Gesundheitsversorgung wegnehmen und deine Stimme. Sie wollen dir deine Freiheit nehmen und deine Richter. Sie wollen dir alles wegnehmen. Wir können das nie zulassen. Wir kämpfen, um den Zumpf trocken zu legen und genau das tue ich. Wir müssen das tun, weil unser Land wie nie zuvor auf dem Spiel steht. Es ist alles sehr einfach. Sie versuchen mich aufzuhalten, weil ich für euch kämpfe und das werde ich nie zulassen.